morgen ist immer noch heute quasi ja ich muss erde machen ich muss erde machen einmal erde habe ich hier gerade schon eingepackt ja gut und ich habe schon wieder also ich habe noch drei saplings jetzt da was das für ein mutantenbaum hier doch nicht aus so was muss ich da muss ich nacharbeiten auf dem mond wachsen ja eigentlich in wirklichkeit nicht so die bäume außer bei minecraft da laufen sie auf dem baum erst zur hochform auf ich komme nicht hoch ich habe noch eine einsteckende holz jetzt liegen gefallen wie kommt man denn eigentlich runter vom mond muss man sich eine rakete bauen oder fall war dies recht intensiv ich habe das schreck vergessen was ich jetzt machen wollte mit m kannst du dir ja die ganze dinge angucken also mit m karte von der galaxie was gesagt in der kiste ist irgendwo erde habe ich einstecken inklusive wasser brauche ich aber auch aber sekunde kannst du gleich sofort haben wie viel wie viel energie braucht denn so ein hast du siehst ja gerade automatic sie aber da könnte man quasi noch eine zweite daneben stellen da würde der strom ausreichend so aufpassen ich habe da hinten laber wird dass da keiner rein fliegt also ich kann warum hast du da laber gesetzt war das kommt habe ich kabel stone generator ok so guck mal den immer ein bisschen zu jetzt mal das obsidian bitte weg aha siehste bloß gut dass ich mit diamantspitz habe obsidian so vom generator oder was was das wieder hier weg ach so aber stimmt wir brauchen block of coal brauchen wir wohl habe ich schon wieder zweimal jetzt sollte es funktionieren ach ich muss 64 oakleaves in der das sollte doch machbar sein alter deine wasserpfeife die tut dir in den ohren weh tut sie wobei ist ja gar keine wasserpfeife siehst du weißt du was du falsch gemacht hast mal dinge frau wird die bitte nicht abbauen die blöcke hier ja welche so du brauchst du den dinge auf ja ja da habe ich schon fertig gebaut das ist schon 08 15 so wieder eine quest erfüllt würde ich sagen ich brauche sauerstoff verdammte axt sowas kann man echt mal schnell vergessen sauerstoff kann man ganz gut vergessen ja sollte man aber nicht so reicht das auch wenn man einen sauerstofftank drin hat ja ja klar war ich die ganze zeit schon so immer ein halb leeren und ein voll haben wir noch eisen oder vorliegen meteors oder sowas don't really know normal das wird langsam dunkel das gefühl habe ich auch das gefühl aber finde ich grob ist wenn ich aber okay habe ich auch das gefühl ich habe auch gefühle ach komm hast du gar nicht weißt du doch hab ich nicht das gefühl ist was für mädchen dann da wasser hin muss ich erstmal wasser holen das hat irgendwie überhaupt nicht gelohnt da kam gar nichts bei raus das hat man abgeben oder was so gut dort block müsste auch noch eine mache sein also ich bin da jetzt fröhlich am produzieren bei einem raus und setzt dann das graf drauf was haben wir auch für ein erfolg irgendwie wichtig ach so warte mal ich habe auch noch einstecken sehe ich gerade doch wo man gras hinsetzen keine ahnung wo du willst weil noch so blätter rum ja ja das kann sein dass wir noch ein paar blätter rum liegen die nicht alle erwischt habe weiß ja wie das ist was machst du da ach so okay ich werde mal kurz hier vorne naja den einlass ich stehen den anderen dort block nämlich mal mit und pack den hinten hin wo ich auch das ganze essensfeld machen ja die potato ach da brauche ich auch noch eine ho habe ich sogar zufällig irgendwo am mann gehabt hier so geilo schönes ding danke kann ich nämlich schon mal die ersten planten also ich habe jetzt neuen kohle wer braucht den kohleblock irgendeiner von uns für eine quest du glaub ich ja egal wer die macht eine kohleblock hast kannst du jetzt ins quest locken und den report abholen die umarisch baby mache ich auch mal ins quest lockt gucken wie wir da anzustehen ja okay ich gehe mal die crepe reward na geil was habe ich denn gekriegt ohne komisches ich glaube ich unten drin habe ich unten in die kiste für die etwas besseren materialien oder auch nicht doch hier ist doch 47 mal klären mit unten meinte ich wirklich ganz unten brauche ich also ich hole jetzt mal alles nach oben außer sauerstoff und essen das lasse ich mal ganz unten noch also im keller bei der sauerstoff geschichte ein bisschen ist in ordnung reinkriegen melone ich werde mal diesen crucible herstellen gerade jo das ist eine gute idee was für ein ding crucible so eine Art ofen quasi ne das ist ja so ein brau äh ding auch lava oder eine fackel zum befeuern den obsidian hast du versehentlich hergestellt oder was naja weil ich ein loch vergessen hatte kann passieren verdammt jetzt haben wir obsidian so ein scheiß so kann nämlich auch die nächste geschichte gleich herstellen wenn wir mal holz da reinhauen dann kriegen wir eine oh es geht die nicht und frage fuck alter ich glaube ich habe gerade die akku und zaplinks der hackt hast du gut gemacht der ahorn ist sowieso oakwood also na gut dann ist egal stimmt sagtest du ja ich kann jetzt hier so ein ding abschließen also ein reward nehmen wir sugarcane brauchen wir wahrscheinlich nicht weil wir haben wir angepflanzt dazu bekommen wir noch einen empty kanister und ein bucket doch was ich werde mal schnell das holz hier in diesen kuschel berein prüge öl brennt kaktus muss auch da hinten rein ok was macht er jetzt da er macht es aus diesem holz macht jetzt öl soll ich eine taschen hier ist echt düster geworden jetzt ne wir haben zweiten laber dann läuft bei uns würde ich mal sagen aber ohne ende läuft das was war mir denn mit so viel lava im baden ja da hast du ja erfahrung drin deswegen ehrlich habe ich gefeiert bei der folge ich nicht kaktus und hat irgendwie überhaupt kein plan mehr wie weit meine aufnahme jetzt schon läuft ich mach es einfach mal stopp und wieder start wahrscheinlich noch eine halbe stunde oder so boah das läuft sag mal diese ancient spores wo kann ich die denn pflanzen da ne keine ahnung und kaktus müsste ich doch eigentlich auch ganz normal aus sand pflanzen können oder aber da darf ja nichts nichts daneben sein wenn du irgendwo anecken oder sonst ab also nicht pfanzbar ist ja genau haben wir sand nehmen quasi den einen hier vorne austauschen und den dann hier in der mitte hinsetzen ja oder halt einfach einen sand hier rausnehmen und den dann woanders hinsetzen genau ich nehme einen hier raus bzw. zwei um genau zu sein weil das hat nämlich einen plan aha dann eher schlechten plan aber das macht ja nichts ja nee die Frage wie viel passt in so ein kanister rein an Öl oder allgemein passungsvermögen in welchen in die die du da hinten hast ja ne ne ein kanister den ich in der hand habe Halt mal hm ne ahnung geht das dann nirgends shift ich mache ein bisschen holzkohle weil hier ist gleich ja hier ist schon vorbei mit strom er klaut mir hier ständig meine dort blogs kriegen wir gleich das ist schief mit gestorben ja dafür dass für das ist schief man das ja auch eigentlich der der andy zuständig der quoten tote wobei siehst du ich habe wenigstens eine aufgabe das kann man nicht das kann man nicht das kann man nicht das können wir davon aus dass in den kanister auch 1000 millibuggets reinpassen hallo das ist der ofen der so eine geräusche macht der generator besser gesagt was 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 machst du aus dem öl aber oder was wir werden das ja bestimmt brauchen um betreiben soll treibstoff denke ich mal oder sprit daraus herstellen ja ehrlich gesagt noch nicht so genau aber wir werden das ja bestimmt brauchen um naja rakete anzutreiben aber auch mal ein jet jet fuel für oder ja aber irgendwo müssen wir das auch daraus herstellen ja sand haben wir keine chance im moment noch mehr zu kriegen war warte mal ich bräuchte noch drei stück das letzte mal was das mit dem hammer ich bin größeren haben wir so diamant hammer oder was ich gucke mal trotzdem diamant hammer also ich habe da wenn du noch diamanten hast haben wir jetzt vier diamanten in der kiste da ich habe keiner bräuchten zwei diamanten kann man so einen hammer bauen ja dann mach mal das in der kiste unten also neben dem ofen sind jemanden drin dass ich hier die ganze zeit schon so am sieben bin ich kann immer euch so beim sieben so zugucken was ihr so treibt dann ist das nicht ganz so öde wir machen wir mal ein diamant hammer geht geht nicht mit dem diamant hammer ich bricht zusammen ja läuft mit dem diamant hammer mit tors hammer sozusagen ich meine mit wem er zusammen bricht also ich brech zum beispiel manchmal nach dem feiern mit kumpels schön mal zusammen neu ist irgendwie so gleich mit 1000 midi bucket ich hoffe mal dass es dann mit dem container mit dem kann ist oder passt ein bisschen mit sieben hier so ich habe schon mal einen schönen garten gemacht im rückwärtigen raum mir fehlt nur noch ein bisschen erde dann könnte ich mich auch mal wieder um sinnvolle dinge kümmern so öl haben war haben als belohnung so neben pötel leim oder pink für pink ja also farb super habe ich einen ölkanister mal unten in die kiste rein wir hatten die axt ich brauche meine axt ich muss ein bisschen ausfüllen ich habe hier sogar zwei exte wo bist du weiß sie mal ganz provokant gegen die tür hallo hallo weltraum spinni mit sauerstoff kann das sehr cool so das war die spinne und die hat gedroppt die andere hallo die bessere ich mache es mal die holzachse hier dauert zwar eine weiter bei der ei es bei der ei ja aber wir haben jetzt ein zwei drei oder wahl habe ich bekommen als und links das finde ich bohnen polen polen maßboden ja macht das aber außerhalb du bist nur da aussehen und hier mal den pol pol wer ist er denn das war mal greift er die an ja und diese leisen golem quasi wir kommen mit dem handeln und handeln kann es für den nicht bekämpfte unsere gegner weiß aber wieso brauchst du die ganzen bäume ab weil ich holz brauche also habe ich doch habe ich schon fünf mal gesagt dass ich heute brauche gerade das gras glaube ich erstört ich war's nicht da macht ja nichts haben wir noch mehr gras da aber sieht aber kack aus paul verpelzt die zombies hier ich mag paul jetzt bräuchte ich noch drei sand dann wäre der hier brennt was und hoff brennt immer wieder der links gewissen alter deine potatoes hier ne die kommen über 43 prozent irgendwie nicht heraus ich denke mal da muss wasser dazwischen also ja ich werde nimm so da wir können das machen ja wenn ich kriege die saplings denn dann ja kriege ich ok ich habe mich in der kiste aber sowieso noch welche drin glaube ich ne potatoes eben nicht ist aber egal weil ja hab alles was ich brauche und schmeiße ich nämlich hinten mit aufs feld und gut ist da wächst und gedeiht es ja brauchst du noch erde ne ne ich bräuchte noch drei sand eigentlich um das auch optisch hübsch zu machen aber so ja was haben wir denn hier im westigen lok noch zu tun ich mach mal die folge zu ende bis gleich ich mach mal die